Gibt die nächste Zahl. Wir machen mal einen kleinen Test. Das wäre wichtig gewesen. Was war das Gesetz dahinter? Plus zwei. Gucken wir mal, ob das stimmt. Jetzt geht es los. Aufgepasst. Was war das Gesetz dahinter? Immer plus eins mehr. Ach muss man, reicht nicht nur das Ergebnis? Das ist eine Frage. Natürlich will man auch Fachinhalt. Auch was Sie haben. Genau. Was war das Gesetz dahinter? Was war das Gesetz dahinter? Das Bildungsgesetz dahinter? Erst zum zweiten? Ja. Plus eins, zwei, zwei, zwei. Genau. Aufhängen. Nächster. Aufhängen. Also schon 60. Ja. Richtig. Ein Punkt für die Gruppe B. Warum zwei oder drei? Ja. Ein Punkt für die Gruppe B. Nächster Aufgabe. Aufgemacht. Oh Mann, das kann ich nicht. Oh Mann, das kann ich nicht. Oh Mann. War ich jetzt das Gesetz? Aufhängen. Nein. Aufhängen. 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 Jetzt bleibt mir schon ein Problem. Das steht immer dieselbe. Ja. Deswegen führen wir eine Variante ein. Die Lieder darf nur maximal ein Mal aufstehen. Ein, zwei Mal aufstehen. Das heißt, ihr dürft ja nicht mehr aufstehen. Aber ihr dürft natürlich eure Nachbarn uns aufflüstern sehen. Das ist ja. Okay. Nächste Aufgabe. Richtig. Was war das Gesetz? Richtig. Genau. Okay. Richtig. Oh, das ist peinlich. Ich glaube, das ist ein Schönerl schon peinlich. Kann man reichen? Was machst du jetzt? Ich würde selbst ein Kind sein möchten. Genau. Sehr gut. Und wir machen noch eine letzte Aufgabe. Jetzt schlechte Nennen. Jetzt kommst du noch mal raus. Also, richtig. Genau, das ist sehr gut. Was heißt das? Äh, wie das heißt, das ist hier. Okay. Das wird eine Variante von Gewalt und Falt. Ich teile den Weißer und Zweck oben. Was ich mit den Anträgen und so weiter habe. Ich kann mich hier auf andere Disziplinen, andere Aufgaben mehr fragen. Besserer Job von unseren Anträgen. Das klingt ja jetzt eigentlich, wenn wir wollen. Oh ja. Oh nie. Okay. Wie machst du die Arbeit? Also geht es da ein Kreis? Nein, es gibt keinen Kreis. Könnte man da nicht überlegen. Also gehen wir gucken, es ist natürlich eine Variante. Vielleicht auch ein Fazit von heute wird mit Sicherheit sein. Es gibt nicht die Variante. Es gibt nicht die beste Version, sondern man muss die Möglichkeiten kennen, die Variante kennen. Was beispielsweise einzuschränken, wer aufstehen darf. Mit Preis, ohne Preis. Also wenn man jetzt sagt, wenn das jeder mal einfach aufstehen hat und dann eine zerfristete Variante, macht das ja nicht unbedingt besser. Wenn der wieder zerfristet, dann macht er dann vielleicht... Okay. Okay. Ja. Genau. Genau. Aber vielleicht... Also dann haben wir überlegen, oder werden wir die Spiele weiterklicken? Vielleicht habt ihr eine bessere Idee. Ja. Ciao.